Nun geht es weiter auf unserem Instrument. In meinem Fall die Trompete, in eurem Fall vielleicht Posaunetuba und 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 etc. Wir nehmen das Instrument, Mundstück ist natürlich aufgesteckt, und spiegeln zuallererst wieder einen Luftstrom durch das Instrument, ohne dass die Lippen sich bewegen. Tief einatmen und gleichmäßig durch das Instrument hindurch pusten. Wunderbar, kann man wiederholen. Nun spielen wir ein schönes, tiefes B, ganz locker. Wir erinnern uns, das ist unser Grundton, bei den meisten auch der erste Ton, den sie jemals auf so einem Blechblattinstrument erzeugt haben. Der geht ganz locker, ganz leicht, den können wir immer und zu jeder Zeit spielen. Also völlig ohne Angst und Sorge, ein schönes, tiefes B. Kann man dann nach Belieben eine Weile aushalten, absetzen, nochmal neu ansetzen. Auch auf dem Instrument spiele ich uns jetzt kleine Melodien vor, die wir nur mit Null, also nichts gedrückt, oder Eins auf der Posaune nachspielen. Bitte nachspielen. Bitte nachspielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017